der hört sich mächtig an vom hören her wie er sich bewegt also die drei steht auf jeden fall ich müsste schon sitzen also das ist krass du soll ich das einmal zeigen dass ich glaube ein Der Hörer hört sich mächtig an. Also so vom Hörern her, wie er sich bewegt. Also die drei steht auf jeden Fall vor. Mit dir hast du eine neue Halle mit einem neuen Prüfstand. Glückwunsch dazu, sieht richtig geil aus. Ja, danke. Was machst du hier, bevor wir anfangen mit dem Messer? Ich wollte dich unterbrechen. Ihr kennt das legendäre Video mit dem Lupro. Diese 420 PS hat der Kollege rausgeholt. Ja, genau. So nebenbei. Solche Umbauern stimmen wir halt ab. Es gab normale Leistungssteigerungen, Softwareoptimierung. Also das heißt, Stage 1, 2, 3 mit kleinen Umbauten, auch große Umbauten. Dann Kfz-Werkstatt, Steuergeräte, Reparaturen machen wir viel. Solche Sachen wegversperren. Eigentlich alles Mögliche. Alles was so eigentlich über eine normale Kfz-Werkstatt hinausgeht. Ja. Die beste Investition, was du gemacht hast mit dem Prüfstand. Ehrlich. Es soll einmal Sicherheit schaffen, dass wir die Abstimmung nicht mehr auf der Straße machen müssen. Genau. Haben wir nie. Also immer abgesperrte Straßen. Ja. Logisch. Natürlich. Es fällt immer zu auf, wenn sich die Straßen abzusperren. Ja, genau. Ich habe ja ein paar Mal mitgemacht. Natürlich auch Spaß. Ich denke, aus dem Grund sind wir wahrscheinlich auch heute hier. Und uns den Spaß zu erlauben, den ML zu messen. Der ML 55 AMG mit einer Serienleistung von 347 PS und 510 Newton. Aber hier muss ich nochmal sagen, schöne Grüße an Mohamed, wo ich das Auto gekauft habe, hat der Mohamed zu mir gesagt, es ist auf 380 oder 90 PS. Muss ich nochmal genau schauen. Das ist Hammer. Du glaubst das nicht, aber das Auto hat 510 Newton bei 380 PS. Der hat auch irgendwas zu mir gesagt oder der hat auf jeden Fall irgendwas Chip-Tuning gemacht, das noch mehr PS hat gemacht. Newton hat er mir nicht gesagt, der wird angeblich einmal komplett Softwareoptimierung gemacht. Das, was du auch machst. Okay. Mit dir. Ich weiß, ist das realistisch, weil 5,5 Liter 350 auf 390 PS rausholen kann? Weil du kennst dich da besser aus. 5,5 Liter. Also ich habe mit dem Motor jetzt nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen. Aber ich war jetzt generell sauer. Grundsätzlich ist ja auf jeden Fall schon was möglich. Also meine Erfahrung ist eigentlich, dass so Drehungen vor allem relativ viel geht. Jetzt nicht unbedingt im spitzen Drehungen. Im unteren Drehbereich kriegen die teilweise 40, 50 Newtonmeter mehr als Serie. Aber im Spitzenwert, also das heißt, wenn wir jetzt von 510 Newtonmeter ausgehen, dann wird es wahrscheinlich irgendwo bei 520, 530 vielleicht plus sein. 21 Jahre. Boyle 99. Wenn er jetzt keine Softwareoptimierung gemacht hat, wenn Mormont jetzt da jetzt falsche Informationen hatte. Interessant ist, was haben wir nach 21 Jahren noch an Leistung? Über 300.000 ist der schon gelaufen. Er ist gerade eingefahren. Er ist gerade eingefahren. Mit dem Motor. Aber was noch geiler ist mit dir, hast du das schon mal gemacht? Wir haben ja LPG. 300 PS haben, was wird denn LPG haben? Das würde mich noch mehr interessieren. Ja, das können wir dann... Gas ist drin, ja? Gas ist drin, habe ich extra getankt trotzdem. Ja, dann können wir das gleich testen. Also da bin ich auch gespannt. So, deswegen, wir wollen nicht lange schnacken. Ich bin unaufgeregt. Ja, wir fangen jetzt einmal an. Wir synchronisieren im Prinzip die Motordrehzahl mit der Rollendrehzahl, mit der Pullscher. Im Prinzip der Pullscher weiß, welche Drehzahl wir haben. Das läuft sonst über OBD. Hier funktioniert es jetzt nicht. Was sagst du an PS? Schwer zu sagen. Ich sag mal an genau 347. Ich habe den Wagen gefahren. Ich muss sagen, der geht ab wie Hölle. Also 340 PS sag ich. Sebastian? Ich würde sagen 350 PS und 500 Newtonmeter. So, und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie viel PS der noch hat. Wie gesagt, wir sind gespannt. Genau. Wir wollen nicht ein Gewinnspiel machen. Das machen wir später. Wir wollen nur nicht. Wir wollen hier. Hier Ginsburg diesen días hauern Daz Sanct. Er ist kalend Empat객. Zuhaber hier hätten. premier Tag in 10. Äh, zwei Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Das stimmt irgendwas nicht, der hat in der Mitte... Aber ich glaube, der läuft auch nicht gerade gut. Gerade hat er sich ganz anders gemacht. Ja, ja, der läuft gerade nicht gut. Ich glaube, wir sind im Notlauf. Ja, jetzt läuft der wieder normal. Okay, erste Messung, neue Fehlgeschlagen. Ja, weil wir... Dass der hier richtig eingebrochen ist und hier gegen... Also was war die erste Messung jetzt? Spitzenwert 248 PS, 520 Nm. 248 PS, 520 Nm. Also bevor der aber bestimmt in den Notlauf gekommen ist. Ja, wobei... Ja, genau. In der Mitte der Messung konnte man das auch hören, dass der... Ja, ja. Gut, dann machen wir mal die zweite Messung und dann schauen wir mal. Ja, jetzt hört sie sich gut an. Jetzt fährt auch wieder Ruhe hier. Motor aus. Ja. So, also wir haben jetzt zwei Messungen. Einmal gerade die alte mit Notlauf. Notlauf, das ist die? Das ist die, wo man auch sehen kann, dass es halt so einbricht, ja. Und dann haben wir hier einmal die, genau, Leistung ist das hellgrüne. Hellgrüne. Und da sieht man auch, dass der dann sauber hochdreht. Boah. Wir haben ja noch die LPG-Anlage und jetzt wollen wir mal sehen, was der mit der LPG-Anlage an Leistung hat. Das ist doch interessant, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Hast du das schon gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja LPG früher eingebauten und man sagt ja immer 20% weniger Leistung. Wir werden jetzt mal sehen, ob das auch stimmt. Bevor wir das machen, schreibt mal unter den Kommentaren, was ihr denkt, wie viel PS der mit LPG haben wird. Mit Benzin müssen wir jetzt auch... Da ist noch einer sehen, bitte. 383 PS. Der Gewinner, der im nähersten dreimal ist. Drei Leute kriegen vom Mitje... ...Fühlstandslauf. Egal, ob ihr einen Fiat habt, ob ihr einen Smart habt. Sollen vielleicht nur nicht ultra-tief sein. Dann, ja, verlosen wir mal drei Stück und ich bin auch dabei und wir machen ein Video. Ist ja klar. Und so nebenbei, Mitje hat auch einen YouTube-Kanal, den ihr auch abonnieren könnt. Ist unten verlinkt. Da geht es auch bald weiter. Das war jetzt nur wegen Umbau und so weiter ein bisschen schleppend. Wegen der Halle. Aber ich muss sagen, die Halle ist richtig geil geworden. Ehrlich Glückwunsch nochmal mit dir. Dankeschön für ihn. Also du hast... Ich habe mit allem gerechnet, aber ich hätte nicht erwartet, dass wir ehrlich 380 PS haben. Das heißt, das Auto ist jetzt ein bisschen wertvoller geworden. So nebenbei. Ja. Was wird denn LPG an? So was, dann Dankeschön nochmal. Einen Ghetto-Forst am Weg. Und Dankeschön auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao. Geil, Leute. Ich fahr mit damit raus. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.